Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Omega Strike. Ich bin der Basti. Wir machen weiter. Meine Güte, das geht da schon richtig gut los. Aber durch unsere Fähigkeit kommen wir jetzt hier hinten weiter. So nämlich hier. Sehr schön. Neue Wege stehen uns offen. Ich denke wir werden noch eine neue, vielleicht noch eine neue Fähigkeit irgendwo herbekommen. So. Da müssen wir aber erst mal sehen. Oh mein Gott. Oh, das ist heftig hier. Ich habe da jetzt viel Energie verloren. Hier komme ich sogar noch rein. Da gibt es ein weiteres Sternchen. Und fehlen ja nur noch drei hier. Und ich kann genau in den seine Granate rein. Da oben jetzt nicht weiter. Ich bin fast tot, ey. Okay. Vielleicht sollte ich doch noch mal was mampfen. Und es gibt neue Gegner. Aber dann kriege ich eigentlich, müsste ich den von hier ganz gut platt kriegen. So. Okay, hier brauche ich definitiv die Fähigkeit hier schnell durchzukommen. Ich werde auch mal so ein Schweinchen essen. Okay. Hm, hm, hm. Meine Güte. Okay. Okay. Okay, der ist platt. Sehr schön. Aber ich denke mal fast dass hier... der nächste bosskampf anstellt. Heine geht da. Komme ich hier nach oben? Okay, da ist schon noch so ein Heini hier, der in der Luft fliegt. Sehr gut. Oh man, oh man, oh man, nach links oder nach rechts, das ist die Frage. Hm, ihr könnt es vielleicht... Irgendwas interessantes geben. Hm. Tja. Gibt es hier nur eine Kiste oder was? Das wäre natürlich geil, ne? Das wäre natürlich geil, wenn es hier nur eine Kiste geben würde. Wenn es hier nicht weitergeht. Ja. Gibt es nur eine Kiste, Gott sei Dank. Hui. Hier gibt es nur eine Kiste, dann kann ich dort drüben auf der anderen Seite weitergehen. Hier sind Stacheln, die habe ich... Hier habe ich komplett... Kann ich komplett übersehen. Hier gibt es aber auch noch was. Hier gibt es nichts. Okay. Dort oben gibt es noch was, oder? Oh yeah, wie komme ich denn da hin? Aha. Alles klar. Wie viel haben wir denn hier? Vier von sechs. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Okay. Ich vermute mal ganz stark, dass bald ein neuer Bosskampf kommt. Gut. Da kann ich rein. Dann könnte es hier vielleicht nochmal einen Speicher geben. Hm. Oder eine Kiste. Oder eine? Oder ein... Hm. Sollts ja weitergehen. Nee, hier geht es nicht weiter, hier gibt es das vorletzter. Ok. Der hat mich nur getroffen, der Sack da. Ok, jetzt muss ich hier oben rein. Hier komme ich ja eigentlich ganz gut durch. Da komme ich auch nicht weiter. Okay. Ähm. Sehr schön. Uiuiuiuiui Okay Ich denke mal hier wird jetzt einen Speicher geben Ja Hier wird es einen Speicher geben Sehr gut, dann müsste jetzt eigentlich der nächste Bossfight kommen Und vielleicht, ja Okay, wir wollen mal gucken Gegen wen wir es jetzt zu tun bekommen Nochmal gegen so eine komische Maschine Oh ja Okay Willkommen im Königreich des Müllkönigs Gefällt dir mein Reich bisher? Ich habe gehört, du suchst nach einem Kryptoboy Hm? Es ist eine seltene Ehre Solche ein Gerät von Doktor Omega zu enthalten Du wirst es mir mit deinen dicken, toten Fingern entreißen müssen Zeit, die Müll rauszufinden Oh 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 Komm schon her Ich krieg dich Aber ..." Oh 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 Naja, komm schon, du bist nicht so stark. Jawoll, ich krieg dich. Und jetzt hab ich endlich das Teil, was ich brauche. Spiel gespreichert. Crypto Boy 5000 eingesammelt. Und hier fehlt noch ein Teil auf diesem hässlichen Schrottplatz. Das ist genau wie hier in den Blackstone Minen fehlt mir was. Und wie gesagt, auf dem Schrottplatz fehlt mir auch noch ein Teil. Wie viel hab ich denn? Ich hab 6, 7, 8. Also ich könnte noch zwei Sachen bekommen. Aber... Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen genauer gucken. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen genauer gucken, wo ich das alles herkriege. Hier ist ja nichts weiter. Hier hab ich soweit alles erkundet. Hier drüben geht's auch nicht weiter, ne? Hier drüben geht's auch nicht weiter, ne? Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Hier komme ich nur hier raus wieder, da oben ist nichts Hier oben noch irgendwas, ne nicht wirklich, ich muss auf jeden Fall zurück Ah, hier fehlt mir noch, wie gesagt, ein so'n... Hier fehlt mir noch ein so'n Teil Das hab' ich Moment Da komm' ich auch... ach so, okay, das ist... Hier komm' ich auch nicht rein, hier ist auch nix Oh mein Gott, ich bin ja wirklich tot, haha Hm, dort oben ist ne Kiste Die hab' ich ja Die Kiste hier oben hab' ich Muss ich hier jetzt weiter hier Ach, ich bin hier nur noch verkehrt gegangen, shit Da bin ich auch noch verkehrt gegangen Wo muss ich denn jetzt lang hier, ich muss dort Ich muss ja drüben lang Uiuiui Okay, jetzt hier nach unten Huh Und Uh 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 Un Nein, 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 nein. Scheiße, jetzt muss ich den Boss nochmal besiegen. Oder habe ich das schon? Ach ja, das Teil, das wird ja gespeichert. Tja, stimmt, ich habe ja gespeichert. So ein Käse, ey. So, dann wollen wir mal weitermachen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir richtig hier den... ... müssen wir hier den richtigen Weg gehen. Okay, okay. So, aufpassen, dass ich nicht sterbe hier. Jetzt muss ich gucken, ich muss nach unten und nach links. Und ich kann mir nicht sterben. Ich werde nicht sterben. So, ich werde auch noch mal was essen. Okay. So, hier bin ich ja glaube ich gestorben. Hier gab es auch nichts mehr, das habe ich schon geholt. Oh mein Gott, schnell da raus. Schnell da raus. So, okay, hier noch unten. Wir fehlen halt noch zwei so eine Würfel. Die Frage ist, sind die irgendwo hier oben versteckt? Nein! Oh, leck mich am Popo-Katerpetl, ey. Ich will ja nur ganz schnell durch. So, ich weiß noch nicht. So, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. So, jetzt muss ich nach links. Okay, ganz schnell was essen. So, jetzt muss ich nach links gehen. So, nur noch ein Leben. Man, das ist echt, echt gefährlich, wenn man wirklich richtig aufpassen. Ich dachte auf jeden Fall nicht. So, wo muss man denn jetzt sein? Wir müssen noch, wir haben noch so einen weiten Weg. Wir haben noch so einen weiten Weg. Und ich spring genau dort rein. Okay. Komm mal her, hier ran. Jetzt muss ich jetzt weiter hin nach rechts. Okay. Meine Güte. So, das sieht doch schon besser aus. Hier unten war ich drinnen. Jetzt muss ich hier durch noch. Noch. Oh nein, hoffentlich bleibt das hier gespeiert in dem Raum. Ja. Oh nein. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das hebt's nicht. Okay. Also hier wieder rauszukommen ist echt heftig. Wie ist das für dich? Um. Uh. Oh. 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 Das war's für heute. Okay, bin ich jetzt aufm richtigen Weg? Bin natürlich aufm falschen Weg, oder? Ja, ich muss nach links. Ja, ich muss nach links gehen, oder? Ja, ich muss nach links gehen. Ja, ich muss nach links gehen, oder? Ja, ich muss nach links gehen, oder? Ja, ich muss nach links gehen. Meine Fresser. Ja, ich muss nach links gehen, oder? Ja, ich muss nach links gehen, oder? Ja, ich muss nach links gehen. Meine Güte, wie weit... bis ich denn noch zurück? Ich habe nur so einen langen Weg, bis ich... Endlich am Ende hier angekommen bin. Sehr gut. Okay, wenn ich... So, wo muss ich denn jetzt hin? Nach rechts. Hier war ich ja auch schon mal. Hm... Okay, ich bin jetzt erstmal wieder hier raus. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall erstmal voll hier wieder. Okay... Komm schon. Okay... 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 Ich könnte es geschafft haben... Ich könnte es geschafft haben... Okay... Alles klar... Alles klar... So... Mir fällt da wie gesagt ein... Knuppel... Mir fällt ein so ein Knuppel... Mir fällt ein so ein Knuppel... Hier geht es auch noch nach unten... Hier oben gibt es da nichts, oder? Hier war ich schon... Komm schon... Sehr gut... Sehr gut... So... Jetzt sind wir endlich... Endlich... Raus hier... Boah... Bring mich zurück... Bring mich zurück... Ich kriege auf jeden Fall... Eine Lebensenergie noch... Okay... Mir fehlt zwar noch ein bisschen was... Aber ich... Kann mir das hier holen... Kann mir so ein Notfallleuchtfeuer holen... Und eigentlich müsste ich mir noch ein bisschen was an Essen holen... Aber ich habe halt... Okay... Jetzt kann ich nämlich zum Professor gehen... Kann hier speichern... Und im nächsten Part machen wir weiter... Ich hoffe es hat euch gefallen... Macht's gut... Euer Basti... Tschüssi... Tschüssi...